Hallöchen, das zweite Jubiläum ist natürlich hier in volle Gange und heute werden wir hier aus dem neuesten Step-Up-Banner ziehen. Ich bin gespannt, was wir daraus bekommen werden. Hoffentlich ziehen wir unsere Helden, die wir auch wollen und nicht irgendwelche alte, die wir schon besitzen. Bleibt dran, jetzt erstmal das kleine Intro. Ja, wir werden erstmal hier aus dem Step-Up-Terror-Gott ziehen. Mal gucken, wie weit wir kommen. Wir werden erstmal nur einen Durchgang machen. Eventuell, ich weiß es natürlich nicht, ich will es nicht vorwegnehmen. Ihr wisst ja, ihr kennt mich ja mittlerweile. Ich sage ja meistens, wenn man nur einen Durchgang und dann sind es doch vielleicht irgendwelche mehrere Durchgänge. Aber wir werden mal gucken, wie weit wir hier heute kommen. Wir haben insgesamt 10.000 Zeitkristalle. Ich weiß allerdings noch nicht, ob ich sie alle komplett auf den Kopf stelle. Wir werden einfach mal loslegen, denn wir haben hier insgesamt 7 Steps und die ersten 3 fangen halt mit den Zeitkristallen ein bisschen mager an. Also bis es sich dann nachher aufsteigert. Wir werden nicht lange drum herum quacken. Wir werden die ersten 100 Zeitkristalle investieren. Ich weiß, manche Leute haben schon bei den ersten 100 Zeitkristalle ziemlich viel rausbekommen. Sogar schon ein Wecket of Blue. Wir kriegen jetzt mal hier Namek mit 3 Kapseln und Super Saiyajin. Was eigentlich schon mal ein guter Start ist, kann ich mal so behaupten. Allerdings könnte es natürlich besser gehen. Es sieht nach Extremhelden aus, auf jeden Fall. Ich hoffe, wir kriegen unsere Gewinnstelle, die wir hier wollen. Oh, wir haben schon mal den ersten Majin Buu, einer der neuesten EX-Helden. Das ist schon mal nicht schlecht. Das ist schon mal nicht schlecht. Guldo ist mit am Start und ja, das Kava das Mädchen. Gut. Und ein Ticket. Die Tickets, die werden wir dann nachher auch zum Schluss noch einlösen. Mal schauen. Jetzt haben wir Step 2 mit 300 Zeitkristalle, liebe Zuschauer. EX und Real könnte es möglich sein. Ich bin ein bisschen aufgeregt, muss ich ganz ehrlich sagen. Denn ich habe ein bisschen das vor mir hingezogen, muss ich ganz ehrlich gestehen. Ich weiß nicht warum, aber ich habe da auch ein bisschen Schiss zu ziehen. Drei Kapseln, kein Name, Kenzo, Basagian, Schlagabtausch, sieht nicht so gut aus. Sieht auf jeden Fall nicht wirklich gut aus. Sie macht, ja. Mal gucken, ob wir auch hier neue Animationen sehen werden können. Cyber Nummer 18. Videlis mit am Start. Neue Yu-Helden sind hier auch mit dabei. Ich glaube, Videlis neu als Yu-Held. Und ich glaube auch, wenn ich mich recht erinnere, Tau-Babai müsste auch neu als Yu-Helden dabei sein. Und neue Animationen ist auch irgendwie dazu gekommen. Ich habe das nämlich gesehen gehabt im Internet bei irgendeinem Video. Ich weiß nicht mal, welches es war. Auf jeden Fall gibt es da ein Brody-Animation mit der Ghetto. Das ist wirklich fertig. Ich hoffe, dass wir solche Animationen hier auch mal sehen werden. Jetzt Step 3 mit 700 Zeitkristalle inzwischen, oder? Drückt mir die Daumen. Drückt mir die Daumen. Komm schon. Jin Jun ist dabei. Schon mal nicht schlecht. Super Saiyajin hat auch nichts zu bedeuten. Viele Leute sagen, ja, Jin Jun kann auf Extreme sein. Aber Schlagabtausch haben wir schon mal für uns gewonnen. Rote Schrift zusätzlich. Nochmal einen zusätzlichen Boost. Und wir kriegen unseren ersten Sparking. Mal gucken, was wir hier bekommen. Wir haben ja hier verschiedene Prozentualchancen. Da haben wir schon den ersten Yu-Tao dabei. Der ist neu mit am Start. Videl ist auch ebenfalls neu mit dabei. Die neuen UX-Helden und Yu-Helden sollen eigentlich wohl irgendwie schwer zu kriegen sein. Aber ich weiß nicht. Also ich habe sie jetzt schnell bekommen. Muss ich mal so sagen. So, Mai ist dabei. Wo lässt sich denn unser... Oh, guck, da ist auch eine neue Trunk. Siehste? Den habe ich gar nicht mal auf dem Schirm gehabt. Und da ist unser Sparking. Und es ist... Son-Guhan. Es ist Son-Guhan. Alles klar. Freezer. Und wir haben meinen Son-Guhan bekommen. Warum? Ich will Son-Guhan jetzt nicht. Ich meine, den habe ich zwar nicht so häufig gezogen, den Go-Han. Aber gut. Es ist eben so, wie es ist. Da können wir nichts dran ändern. Müssen wir eben halt mit durch. Liebe Leute. Samaso wäre natürlich geil. Vegetto wäre natürlich auch geil. Und natürlich auch der neue Rage Trunks wäre natürlich mega geil. Jetzt sind wir schon bei Step 4. Wir sind schon fast schon wieder durch. Wenn wir mal ehrlich sind. Jetzt ist EX und höher. Und wir kriegen auch wieder ein weiterer Ticket hier. Mit dem Start. Drück die Daumen. Drück die Daumen. EX oder höher. Komm schon. Komm schon. Komm schon. Namek 3 Kapseln. Bisschen knausig mit der Animation. Schlagen die Mahnkule. Schon mal ein sehr gutes Zeichen. Rote Schrift. Okay. Wir drücken durch. Sparking garantiert. EX und höher ist hier in diesem Step. Mal sehen wir, was wir finden Sparking bekommen. Ich hoffe, ich hoffe, dass wir ein Sparking bekommen werden, die wir noch nicht haben. Da ist Sparking, kommt schon, kommt schon, kommt schon. Ah, das ist erwachsen. Ah, das ist erwachsen. Ah, das ist erwachsen. Schade. 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 Den haben wir schon. Gees. Cyborg. Vielleicht können wir ja noch ein Sparking. Mal gucken. Komm schon. Fake out werden natürlich auch nicht verkehrt. Cooler ist mit dabei. Mai. Das war es glaube ich auch schon. Ja, ja. Okay, wir haben immerhin ein Sparking. Also unser Trunks, der ist jetzt auf sechs Sterne. Nicht schlecht. Zumindest ist der schon auf sechs Sterne hätte ich jetzt nicht vermutet. Vielleicht wird gerechnet. Aber es reicht ja auch jetzt langsam. Es reicht jetzt auch langsam. Es müssten jetzt mal Sparking kommen, die wir nicht haben. Ich hoffe nicht, dass ich erst die neuen Hellen eventuell mit den Tickets bekommen werde. Helles sind ja doch, wenn wir mal ehrlich sind, viele Zeitkristalle, die wir hier reinbordern. Und jetzt haben wir doppelte Drop Chance. Bei Step 5. Wo wir auch wieder tausend Zeitkristalle hier investieren müssen. Und wir kommen auch wieder Tickets. Doppelte Drop Rate. Ich halte davon nichts, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil das fickt mich jedes Mal in den... Naja, ihr wisst schon. Das ist äh... Uuuuh. Die Animation habe ich ja auch noch nicht. Habe ich die überhaupt schon mal gehabt? Habe ich die überhaupt schon mal? Golden Freezer mit Blue Son Goku. Ich weiß nicht gar nicht, habe ich diese Animation schon mal hatte. Rote Schrift. Ich weiß gar nicht. Habe ich die Animation schon mal gehabt? War das bei Kevna? Wenn ja, könnte mir das gerne mal in die Kommentare schreiben. Ich kann mich nicht mehr daran erinnern. Ansonsten wäre es jetzt das erste Mal, dass wir hier diese Animation hier bei mir sehen können. Ein Gohan, jetzt ist Sparky, Kopfschu, Kopfschu, Kopfschu. Oh, das ist ein Gohan. Noch ein Sparky, Kopfschu, 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 bitte. Vegeta, Leute. Das ist ja zwei Sparchenhelden, die wir schon mal... Der dritte und es ist... Da ist mir glatt. Junge, du musst atmen. Wir haben gleich die Wackette gepolt. Alter. Der hat nur eine minimale... Chance von zwei Prozent, glaube ich. Und wir haben ihn. Wir haben ihn. Wir haben den Legendary Finishing Veketto. Das ist geil. Es ist... Flakke Spiel. Jetzt noch Trunks und ich bin überglücklich. Und von mir aus auch noch Zamasu. Das wäre... Also wir haben jetzt drei Sparky hier in diesem Step-Up gepolt. Alter. Heftig. Das ist... Das ist... Das ist... Das kann ich mit durchaus leben. Ist das geil. Wir haben die Ghetto. Und ein Ticket haben wir auch wieder am Start. Entschuldigung für den kurzen Cut. Ich musste nämlich niesen. Allergie. Liebe Zuschauer, Allergie. Step-6 haben wir jetzt. Und danach haben wir dann Free Mutti. Und mal schauen. Das Ghetto haben wir schon mal. Es ist schon mal mega geil. Der stärkste Charakter hier, glaube ich. Oder... Beziehungsweise der stärkste, weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall den Legendary Charakter, den haben wir schon mal bezogen. Wir hatten gerade fünf Kapseln. Aber Schlagabtausch ist nicht so schön. Oh, Extreme. Oder höher. Vielleicht sind die auch durch. Oder vielleicht kommt uns mit jeder zur Hilfe. Wir ziehen durch. Sparky. Ein weiterer Sparky ist mit am Start. Sehr schön. Erstmal kommt Schlag, der um die Ecke schaut. Freezer gefolgt von Sparky. Und es ist... Gohan. Gohan willst wissen jetzt, ne? Erst ziehe ich den überhaupt nicht. Monatelang. Und jetzt auf einmal will der einfach nur noch sagen. Jo, Junge, du brauchst mich. Widel ist mir dabei. Wisch. Und den könnte ich auch ruhig öfters mal kriegen. Den habe ich noch nicht so häufig gezogen. Wäre cool. Und der kriegt auch noch nicht mal einen Stern ab. Schade. Schade. Ja, damit ist mein Gohan jetzt auf sieben Sterne. Und ich hatte den jetzt noch vor ein paar Zeiten minimal gehabt. So, damit haben wir jetzt wieder ein weiteres Ticket. Und jetzt, liebe Zuschauer, haben wir die Gratisziehung. Das heißt, Free-Charaktere mit am Start. Und ich hoffe, ich hoffe inständig, dass wir da jetzt einen Schwanz bekommen werden. Oder einen Zamasu Gott. Das wäre so episch. Das wäre so geil. Von mir aus auch gleich beide. Bei der Gratisziehung angelangt sind wir jetzt an der Stelle, wo ich auch natürlich hier das Ganze hier im Laden hinein nachkommentieren muss. Und gerade abzunehmen, die technische Schwierigkeiten in der Webcam. Ich hoffe, ihr zeichnet das. Aber trotzdem werdet ihr hier eigentlich gute Ziyun sehen werden noch. Und bleibt auf jeden Fall dran. Es wird ja auf jeden Fall spannend. Und ich versuche beim Besten das Ganze hier wiederzugeben. Wir haben unsere Gratisziehung. Natürlich hier vor Augen mit Chaozoo, der mit seinen gestreckten Fingern zeigen will, dass er dabei ist. Pflanzenwaden, Salsa ist hier mit dabei. Auch Song Goku ist ebenfalls dabei. Noch ein weiterer Song Goku und ein Extreme Cell und so weiter und so fort. Das war unsere Gratisziehung. Wir haben noch 6.587 Zeitkristalle über. Und wir sind in Step 3 angelangt, liebe Zuschauer. Wo wir 700 Zeitkristalle investieren werden. Und mal gucken, was wir hier auf jeden Fall bekommen. Für unser Geld, für unsere Mühe, für unsere Schweiß, Blut, Tränen, keine Ahnung, was auch immer. Mal gucken. Ich bin gespannt. Und wir wollen natürlich hier so gut wie möglich alles rausziehen und werden erstmal den Ticket rausballern. Wir werden erstmal unseren Ticket hier rausballern und schauen, ob wir hier unseren gewünschten Helden ziehen. Auf jeden Fall ist es kein guter Schad. Wenn wir mal ehrlich sind, ich kriege mir eher einige Schüsse von Frise. Was ist das? Das ist nicht schön. Das ist mit blauer Schrift wird das nicht. Es wird auf jeden Fall bestimmt ein Fick-Out werden. Wir werden sehen. Es wird ein Fick-Out. Es ist sogar ein Fick-Out. Es ist Vegeta. Vegeta ist mit einem dabei, der zu uns sagt. Kollege, ich bin ein alter Held. Ja, im wahrsten Sinne des Wortes. Wir haben einen alten Helden gezogen. Wie hätte er das gedacht mit dem Ticket? Es ist eine Enttäuschung pur. Wenn wir mal ehrlich sind. Es ist eine Enttäuschung pur. Ich hätte da eher was Neues mir gewünscht. Es ist zweijährige Jubiläum, liebe Zuschauer. Und trotzendem haben wir hier nicht zu 100%ig die Chance auf ganz neue Helden Charaktere zu bekommen. Sondern auch auf ältere Helden. Sei es Hero, sei es Extreme, sei es Sparking. Apropos Sparking. Es wäre doch mal geil, wenn sie da irgendwie mal eine neue Sparte einbauen würden. Extreme haben wir ja. Wir haben das Sparking. Vielleicht ein Ultroner oder sowas in der Richtung. Das wäre nochmal mega geil. Dass die Helden vielleicht eine neue Stufe kriegen. Vielleicht nach der Zenkai oder zwischen einer Zenkai Erweckung. Oder neben Bayern der Zenkai Erweckung. Auf jeden Fall gelbe Schrift ist wieder bestanden. Sie ziehen durch. Ich schweige schon wieder bekannt ab. Na, ich hoffe schon, ob es ging. Und mal gucken, was wir hier zu Schüttes bekommen werden. In unserer Gold Animation. Wir haben Cover. Das Mädelchen. Wir haben unser Cell. Unser kleiner, was ich habe, hier ist mit am Start. Gefolgt von Jaco. Jaco hätte ich gehen als Barking. Picon ist dabei. Frost. Ja, unser Collegian Nampa ist auch dabei. Und unser Extreme, wollte ich auch sagen. Richtig ist ein Sparking Trunks. Aber nicht der gewünschte Trunks, den wir gerne hätten oder gesehen hätten wollen. Leider. Schade. Trunks ist ein Charakter, der für mich auch ein Erfolg momentan hat. Yangshu. Picon. Picon seinen Animationen oder seinen Hardbox. Ich sehe, wie ich so aus, dass er das Fußball spielen würde oder so. Auf jeden Fall Trunks ist hier auf seinen siebten Sternen. Wer hätte das gedacht? Vor ein paar Wochen, Tagen war da noch nicht so hoch. Zwei Tickets sind wieder mit am Start. Wir sind jetzt ins Devil 4 angelangt. Wir haben hier Extreme oder höher garantierte Helden dabei. Mal sehen, was uns das beschert wird. Und natürlich fünf Kapseln oder irgendwelche andere großen Animationen. Dieser ist die Einsteller der Brandung in der Luft. Mal gucken, ob wir hier... Ja, wir können mit einer Reiz switchen. Schließlich in der Magenkohle ist jedenfalls ein gutes Schritt. Ich wollte uns alles darauf hin, dass ich hier gut am Start sind. Mal gucken, dass wir uns überraschen, was wir ins Backen hier und geschehen. Der Regist ist erstmal der Anfang. Volk von Sam Junior. Ich habe schon wieder Kaba. Ich bin keine Saufsauber. Sei Bob Nummer 18. Soul, unser vieräugiger Grünkohl. lässt sich wieder so blicken ich lieb ja ich mag den helden total aber ich muss ihn auch nicht so wie der gs der bildet wissen der kollege das mit dabei ohne geht nichts der allmächtige lehrmeister aller kampfkünste wollte ich kann es sagen es darf natürlich nicht fehlen ein ticket ist dabei jetzt haben wir step 5 mit doppelte drop rate ihr wisst was es zu bedeuten hat doppelte drop rate doppelte chance doppeltes glück doppelte niederlage im endeffekt denn wir können uns nicht zu hundertprozentig darauf verlassen dass dieses zeichen ein gutes omen sein wird oder auch nicht wir werden sehen wir werden sehen was haben wir für eine animation es ist weltall mit guten fliezer mit blut und ein zweierkampf große schrift ist mit dabei werden wir es schaffen werden wir es schaffen was wir hier alles so jetzt bei dieser animation zu sehen bekommen wir kriegen die neue held ist am start wir haben unseren zahmaso fusion folgt von woche und habe ich an der stelle so was wir haben wir gar nicht ein weiteres sparking ist mit dabei es ist koko fleck es ist koko fleck junio es ist tauber bei ein weiterer pflanzenmann der darf nicht fehlen und ein weiterer helden ich glaube gar nicht wie ich an dieser stelle in der allerersten aufnahme ist es jetzt hier eine nachvertonung wie sowas von dem arsch weg gefreut habe bei diesem pool mit den beiden zamasos es glaubt er gar nicht also ist es ist ich bin da möchte ich gar nicht wissen so ok auf jeden fall dann geht er jetzt auf seine dritte stehen damit haben wir unseren gewünschten zukunftsheld wieder und das ist jetzt wieder ein zeichen dass ich wieder mein team wieder rausholen kann mein bei zukunftsteam und da mal wieder ein bisschen mit dem pvp agieren kann beziehungsweise spielen kann wir sind jetzt in step 6 angelangt die beziehungsweise das heißt es sind 1000 zeigteile die wir hier in unseren step 6 reiten können und das tut ganz schön weh und das kostet auch wirklich geld da ist es wir drücken auf ok wir schnacken gar nicht lang rum an der stelle und schauen was uns beschert drei kapseln wird uns gehört mehr auch nicht animation ist ein bisschen rote schrift heißt die sind schon mal mit dabei die mischen sich ein gutes volk über die hios es ist extrem super begeister ein neuer extreme hält der neu mit dabei ist mega geil zwei bock schaue so natürlich wieder und ein pflanzen man ein nappchen kappchen ein riech um post die bilder mich ist sehr ekelhaft so die hatten ja echt einen komischen nachgeschmack gehabt vielleicht schon abgestandene kacke gerade ist die jungen sind wir jetzt angelangt in step 7 das heißt free to play charaktere wird uns das was gutes bescheren wird uns das echt was gutes in die hand spielen oder wenn wir da auch wieder eine flaute erleben wenn sie drücken drauf sind gespannt die daumen es ist blauer himmel eis himmel mit blumen und diese kommt natürlich auch wieder jimmy zu mit am start das heißt eigentlich im prinzip das könnte was geiles kommen die welt sehen rote schrift bericht und wir greifen an wir wollen es wissen es ist fast alles dabei in dieser animation fast alles und sogar blubi geht da kommt mit hilfe der sagt kollega ohne mich geht hier nix wir sind wir gemeinsam starten als du bist ja wohl nur so können wir grünen frise in den jordan befördern zwei markt nummer 90 dabei sparking das ist er das gedacht sei bock sauber und ist mit dabei und wir haben schon jetzt auch das einmal ganz mangelässt also ein weiteres parking und es ist komischerweise kam ja was soll ich dazu sagen leute da kann man sich eigentlich nur noch in den arsch weg freut und glaubt mir gar nicht wie ich mich darüber gefreut habe natürlich hätte ich jetzt ein samaso fusion eingetauscht gegen einen schwankst recht ganz klar aber trotzdem habe ich mich darüber gefreut denn samaso ist jetzt mittlerweile auf sechs sterne und das ist schon die echte beckens werte leistungen in diesem pool muss man ja mal so sagen also es ist schon echt krass leute hätte ich mir vielleicht ebenfalls noch mit dazwischen gewünscht denn wer da vielleicht auch auf drei sterne oder so aber vielleicht kann es ja noch kommen aber so jetzt schon auf sechs seine sechsten stelle gegangen ist ist schon mal hier eine richtig gute leistung also kann ich mich nicht beschweren muss ich jetzt ehrlich sagen und ich glaube wir haben auch insgesamt zwei durchgänge gemacht zwei durchgänge müssen das gewesen sein die ich dafür gezogen habe und jetzt habe ich in den anderen step reingebottet um mal zu schauen wir da vielleicht erst als du kamen zum anfang zum beispiel so ein wie die animation aussieht und koko verliert aber ich glaube war das jetzt war das jetzt den anderen banner ich hab das gar nicht so drauf geachtet kann auch der kann auch jetzt nicht das war die tickets das waren die tickets ist habe ich mich natürlich verguckt die war zu schnell gewesen es war noch mal das ticket was wir eingelöst haben jetzt werde ich noch mal glaube ich die 100 zeitkristalle ebenfalls investieren in unseren absoluten wo natürlich ist das heilchen vieles und unser omega salon ihr wisst schon und so weiter und so fort schauen wir gleich eine kapsel aber natürlich aber gut das jetzt muss man auch mal so ehrlich zu geht nicht anders ist leider so dass die größte scheiße auch natürlich nicht besser an der stelle da möchte man sich an die nur vergraben leider so kommt man den ganz stecken oder weglaufen wie loadrunner ja ein ticket hat uns das ganze beschert und natürlich zwei heroes und extreme wir investieren noch mal 300 zeitkristalle in diesem banner wie gesagt zu dem späteren zeitpunkt werde ich aus diesem banner auch noch mal ziehen das ganze gibt es in diesen 100 jahren hier rein und da haben wir noch für jeden zeit da auch noch mal einen schönen durchgang zu machen vielleicht auch zwei durchgänge kommt mir auch an wie wir die helden manchmal ziehen oder wie sehr wie die elfen haben wollen normalerweise den super saiyajin 4 muss ich jetzt nicht unbedingt zu hochzügig haben genauso wie die chenron oder schenlong muss ich aber auch nicht unbedingt haben ich habe zwei drinnen wäre mir momentan erst mal noch ausreichend der tranks würde mich schon eher reizen in welchen noch mal zu hohe den weg zu bekommen wir schauen wir zum späteren zeit ich kann jetzt noch nicht garantiert vielleicht ziehen wir auch noch mal aus dem banner vielleicht ziehen wir auch noch aus dem banner und seid einfach gespannt ihr könnt ihr gerne ein abo hier drauf lassen und gespannt sein was hier in zukunft alles so kommt ihr könnt mir auch gerne unterstützen wenn ihr das ganze hier mir helfen wollt unten in der video beschreibung ist natürlich auch dementsprechend ein spenden button falls ihr da mich unterstützen wollt denn es geht ja auch ganz schön ins geld rein das ist auch zu teuer und für einen kleinen kanal der alles selbst finanziert der nun verdient mit seinem mit seinem videos keine werbung schaltet nichts ist das schon eine finanzielle aufmachung da dran zu bleiben auf jeden fall ja das ist unsere ausbeute die wir im gesamten video jetzt hier herum haben wie gesagt wir haben auch ein buch ein zwang sein wie geht da eine eine neue taube beibekommen und natürlich auch unseren super saiyajin bluver ghetto auf den ich auch sehr stolz von den habe ich glaube ich mich als erstes schon gezogen da war ich echt von den socken muss ich immer so sagen auf jeden fall wird sich gefallen hat lasst mir gerne ein däumchen um da ein abo wäre schön würde ich mich freuen wenn wir hier gemeinsam größer werden und euch auch in den kommentaren lesen werde aktiviert ruhig die glocke dann seid ihr auch immer auf die laufenden und ansonsten schreibt mir ruhig mal in die kommentare was ihr so gezogen habt ob ihr stolz auf euren helden seid was ihr gerne zockt an teams und so weiter und so tut euch aus tut euch aus und wir sehen uns das nächste mal wieder hier im video verspreche ich euch bis dahin tschüss bis dahin tschüss bis dahin tschüss